Das kennen Sie sicherlich, das Stück. Ich esse nicht nur Bananen und Mandarinen, sondern ich lese auch Tortwa. Auf dem Sofa, da war ja eine Umfrage drin, aber ich wollte nichts gewinnen. Und dann abschicken und da runterlaufen zum Briefkasten, das wollte ich auch nicht. Und im Staatsanzeiger war auch Interessantes drin gestanden. Und schön war, dass also hier ein Kalender dabei war. Die Hupe brauche ich ja nicht mehr, weil Deutschland ausgeschieden ist. Aber das freut mich natürlich alles. Und als Staatsanzeiger habe ich zur Kenntnis genommen, dass Herr Gogel jetzt doch früher zurückgetreten ist im Landtag als geplant. Das hat mich gefreut. Das ist ein sinnvoller Schritt, wenn ein Rechtsverfahren anhängig ist, dass man dann eben Distanz braucht. Das gefällt mir. Kennen Sie den Walzer? Ganz berühmter Walzer. Klassikradio heißt der Sender. Drei Viertel Walzer, ne? Ich sing jetzt gleich mit. Was ist das für eine Telefonnummer? Oh, die haben sie nicht gesehen. Ich weiß es nämlich nicht. Keine Ahnung. Wer auf den Namen der Musik des Stückes raten kann, der möge es sagen. Ach so, das mit der Bürgermeisterin im nordöstlichen Zipfel der Baden-Württemberg hat mich auch interessiert. Wie ein Krimi, hat einer gesagt. Und hier sind immer so skurrile, skurrile heißt das auf schwäbisch, Fotos drin. Aber ich will einfach nur, dass wir die Musik noch ein bisschen genießen, bevor wir hier dann weitermachen. Ähm, Schutzraumkonzept. Aha. Einbürgerungs... Das haben wir auch schon. Und das? Da kann man abstimmen, ne? Walzer. Zunkel ein bisschen. Zwischenteil. Reprise. Deckel zu? Nö. Drei Minuten. So. Reige. Orchester. Maufenflöten. Querflöten. Oh. Hörner. Kennt jeder, ne? Wie heißt das? Hahaha. Kommt immer. Oh. Duển. Räuber. Präisiin. Schill. Voll. Full Hand. Judy. Das geht noch ewig. Wusste ich gar nicht. Bei 5 schalte ich aus. Musik hören könnt ihr selber. Ist ja klar. Oh. Anderer Rhythmus war das gerade. Synkopisch. Full Hand. Ist bald Schluss. Trompete. Einmal kommt es noch. Wahrscheinlich. Das Thema. Synkopisch. Und Ritter Zandu. Ist fast Schluss. Es liegt im Blut. Es liegt in der Luft. Ba, ba, ba. Fast fertig. Das halten wir noch durch. Tack, 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 tack. Hνο. Und stand over. Ja, duolly. Oh, ich versuche aus. Ja, duh.